Hey, yo, was geht ab Leute? Hier ist wieder euer Outperformance mit einem neuen Video zu Destiny 2. Bungie hat auf deren Twitter-Account einen Promo-Deaser zu Destiny 2 veröffentlicht. In dem 7-sekündigen Video zeigt Bungie noch einmal, wann der Livestream mit der Gameplay-Premiere von Destiny 2 starten wird. Und das wäre am 18. Mai, also in 3 Tagen um 19 Uhr deutscher Zeit. Der Livestream wird auf dem offiziellen Twitch-Account von Bungie zu sehen sein. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt aber zu den neuen News. Und zwar sieht man in dem Teaser-Video einen Warlock, der eine Maschinenpistole in der Hand hält. Zumindest glauben das viele Leute. Es ist noch nicht von Bungie bestätigt. Die Waffe ist aber sehr klein, hat vorne einen kleinen Lauf und hinten einen Schaft. Wenn es eine Maschinenpistole oder auch SMG genannt sein soll, wie wird diese neue Waffenart dann genannt? Werden sie SMGs, also Sub-Machine Guns, übersetzt Maschinenpistolen oder PDWs, also Personal Defense Weapons, übersetzt persönliche Verteidigungswaffen genannt? Was sagt ihr, wenn Bungie eine neue Waffenart rausbringt? Wie wird diese dann genannt? Schreibt es unten in die Kommentare und auch was ihr davon haltet, dass es in Destiny 2 Maschinenpistolen geben wird. Mehr dazu erfahren wir dann wahrscheinlich erst am Donnerstag im Livestream. Noch eine kleine Info. Die Waffe scheint von der Vorhut zu sein, da man das Logo der Vorhut vorne an der Waffe erkennen kann. Das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr mich unterstützen und kein Destiny Video mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Danke fürs Zusehen, macht's gut und bis zum nächsten Mal Leute. Euer Outperformance. Untertitelung des ZDF für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.